Großvater! Isa? Oh Mann, du siehst aus wie ein Adliger. Wie hast du mich denn gefunden? Deine Enkelin ist eben eine geborene Detektivin. Mag deine Mama Blumen? Hör zu, Opa, du schenkst ihnen Niere. Da musst du ihr wirklich nichts anderes mitbringen, wenn du mich fragst. Was hält deine Mutter davon, dass ich hier bin? Sie ist total verrückt geworden! Schwestern, machen Sie schon! Du kennst mich jetzt seit genau zwei Wochen. Ich will nur helfen. Seit wann ist dir eigentlich unsere Beziehung so wichtig? Sie braucht einfach ein bisschen Zeit, ja? Trotst du mit den Kindern für eine Vorstellung? Schönen guten Tag, meine Herren! Diese Menschen sind jetzt völlig mittellos. Und wir wissen, wie wir ihnen helfen können. Ich war auch über 30 Jahre am Theater tätig. Ich wäre dir bestimmt eine Hilfe. Diese Niere macht uns nicht zu Vater und Tochter. Ich weiß gar nichts über dich. Du wolltest wissen, wer ich bin. Das bin ich, Loretta. Weil du ein Transvestit bist? Ich bin eine Dragqueen. Das ist nicht dasselbe. Jeder von uns hat vor irgendetwas Angst. Ich habe mein Leben in Frankreich. Ihr habt euer Leben hier. Aber keine Macht der Welt würde es jemals schaffen, mich hier fortzujagen. Das heißt, wir werden viel organisieren müssen. Die Menschen werden Loretta lieben. Du musst sie ihm nur zeigen. Weil ich an dich glaube. Meine Güte. Dieser Gehweg ist kein Gehweg. Das ist ein Hindernisparcours. Das ist ein Hindernisparcours. Untertitelung des ZDF, 2020